Herzlich Willkommen zurück hier zu Kentucky Route Zero und zwar Episode Nummer 6, wenn mich nicht alles täuscht, alter Schwede, das tat gerade weh. Ja, ich hab's nämlich heute geschafft, mich mal so richtig auf die Fresse zu legen, als ich meiner Tochter nachgelaufen bin, die mit dem Laufrad gefahren ist. Und ja, mein Knie ist im Eimer, meine Hände sind im Eimer, wenigstens hab ich in meiner Maushand nur ein 1 cm großes Loch. Deswegen kann ich hier weiterspielen, auch wenn ich mal überlegen muss, wo waren wir letztes Mal. Und was wollten wir tun? Wir waren da irgendwie bei Bürokraten, Bären und im Bureau of Reclaimed Spaces. Was können wir tun, was können wir machen? Und wieso steht unser Lieferwagen hier mit angelassenem Motor? Wegfahren können wir ja noch nicht. Hier ist auch nichts. Gab's dann hier nicht irgendwie eine Notizfunktion oder sowas? Ähm, Notes. Notes. Ähm, hallo? Ich kann nur back, okay. No notes yet. Ah, I see. Na dann, back to game. Ähm. Gehen wir nochmal in das Büro zurück, wenn wir hier nichts tun können. Und unser guter Charakter bewegt sich hier mit der, äh, ja, Effizienz, in der ich mich gerade, äh, fortbewegen würde. Wie gesagt, also so in etwa, wie der humpelt. Warum humpelt der eigentlich? So in etwa geht's mir gerade eben. Ist echt super. So. Mal sehen. Hi, Marianne. Oh, good. I thought you'd left. People can be so impatient. You never know. Well, I have a meeting with Luna Chamberlain. She's a senior collector that you'll hand it in Gaston Prost, but she's the only one with room on... Hab ich doch schon gemacht, ey. Da waren wir doch schon. Ich mein, ich kann gerne nochmal hingehen. Warte mal, hat der irgendwas an meinem Safe Game gemacht? Nö, geht ja auch gar nicht. Aber wir waren definitiv schon bei Lula Chamberlain. Wir haben die Books angesehen, wir sind mit dem, ähm, Fahrstuhl gefahren. Gehen wir einfach nochmal zu ihr hin. Und sehen mal nach, ob das Spiel seltsame Dinge mit uns gemacht hat. Und hören uns diese wunderbare Fahrstuhlmusik an. She's on the fifth floor, right? Ja, das wissen wir. Beziehungsweise eigentlich wissen wir, dass sie dort nicht ist, aber gut. Ja, 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 ja. Wir fahren einfach jetzt mal in den fünften. Und sehen uns die Sache mal an. Denn eigentlich wissen wir ja, dass sie hier sitzt. Das ist hier hinten. Da ist ein Meeting, da sind die Bären. Whatever they are doing here. Da haben wir eigentlich auch schon was gesucht. Im schlimmsten Fall müssen wir das mal eben schnell nochmal machen. Vielleicht ist es auch so gewünscht vom Spiel, wenn man zwischendrin aufgibt. Ich weiß es ja nicht. So, ja, 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 das kennen wir schon. Can I help you with another day? Ja, das hatten wir. Ja, 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 on the first floor. Deswegen gehen wir jetzt auch gleich wieder zurück. Anscheinend müssen wir das wirklich neu machen. Ich habe keine Ahnung, ob das so gewünscht ist. Weil wir zwischendrin ausgestiegen sind, sollte aber eigentlich nicht so sein. Denn das wäre dann nicht so witzig. Würde ich einfach mal sagen. Ja, ja, ja. Das kennen wir schon alles. Dankeschön. Und es geht nach unten. Ich mute mich mal kurz wegen Niesen. Okay, Niesen hat nicht funktioniert. Aber jetzt. So. Wo ist denn die gute Lula? Beziehungsweise. No. We are looking for Lula Chamberlain. Haben wir schon beim letzten Part gemacht. Oder ich habe irgendwie eine Vorahnung gehabt im Traum oder whatever. Ja, 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 ja. Das lesen wir jetzt nicht nochmal. Das kennt ihr schon alles. Wir gehen erstmal zu dem hier. Oder wir humpeln. Mann, 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 Mann. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Kennt ihr das? Ingestion Card. Ja, ja, ja. Wir gehen zu dem nächsten Clerk hier drüben. Wie gesagt, haben wir alle schon gemacht. Währenddessen habe ich Zeit, meine Pflaster auf der anderen Hand zu richten. Heute werde ich wahrscheinlich nur Spiele spielen, wo du nur die rechte Hand dafür brauchst. Das heißt hauptsächlich Adventures. Ist ja auch nicht so verkehrt. Ja, ja, ja. So. So, und jetzt können wir auch zu Lula Chamberlain. Wenn mich nicht alles täuscht. Lula, du bist es. Ich weiß, dass du es bist. Na, komm schon. Ähm. Und wieso geht das jetzt hier nicht weiter? Muss ich hier wirklich erst wieder in... Ich glaube, in den vierten. Looks like, ha? Irgendwas passt hier nicht so ganz. Na, dann fahren wir nochmal nach oben. Alle Mann einsteigen. Ready for take-off. Das sage ich dann später nochmal, wenn ich KSP aufnehme. Ja, wir sind im First Floor. Aber die redet ja nicht mit uns. Nein, nein, nein. Nicht in die Lobby. Gottes Willen. Sechs Minuten Aufnahme und wir machen nichts anderes als das, was wir schon gemacht haben. Super. Jetzt wird das Spiel gerade nicht mehr so mysteriös. Dafür wird es ein bisschen nervig. Aber hey. Habe ich schon Schlimmeres erlebt in meinem Leben. Mit nervigen Spielen. Und man spielt sie dann trotzdem. Ja, ist on the first floor. Passt schon. Nein, nicht. Ah. Okay. Ganz langsam. Bedächtig und ruhig machen wir das jetzt. Wir haben ja Zeit. Ich werde mir mal schmerzbetäubende Mittel einflößen. Quasi live on camera. Prost, Leute. Geht doch nichts über einen guten Schluck kühlen Chardonnay. Ich weiß, was sollte man eigentlich nicht sagen. So quasi live on, ja, on Radio. Aber ganz ehrlich, so viele von euch hören ja eh nicht zu. Und die meisten von euch werden sicherlich damit einverstanden sein, dass ich heute mal ein Schlückchen trinke. Das wird quasi als Schmerzvorbeugung, wollte ich jetzt nicht sagen. Ich hoffe, ich tue mir nicht nochmal weh. So, wo ist jetzt die Tussi? Ich meine, ich weiß, sie ist es da, aber... Wieso kann ich nicht mit ihr reden? Gut, wir fahren jetzt in den vierten. Um die Dokumente nochmal zu suchen. Vielleicht hilft das ja. Ah, ja, ja, ja. Wissen wir, wissen wir alles. Wir sind nämlich so cool. Wir haben das Ganze schon einmal gemacht. Und weil es uns so viel Spaß macht, machen wir es gleich nochmal. Aber ich gehe jetzt nicht zu den Bären. Die Bären waren zwar auch relativ cool, aber... So, wenn ich jetzt gleich schreie, dann liegt das darin, dass ich meinen Fuß auf den Schreibtisch lege. Au! So, besser. Mein Knie ist nämlich in etwa so die Größe von einer Zuckermelone. Ist ein bisschen blau, ein bisschen grün. Und ich kann hier beim besten Willen nichts tun. Hier ist nada, niente. Nachos. Ähm, was gibt's sonst noch Spanisches? Real Madrid. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das Spiel irgendwie broken gerade? Wäre möglich. Vielleicht wird's helfen, wenn ich nochmal neu starte oder so. Ich weiß es nicht genau. Oder es ist irgendwas, das ich getan habe, das ich nicht getan habe. Ich meine, wie gesagt, Kentucky Rule Zero ist ein Indie-Game. Und Indie-Games sind nun mal nicht so stable wie AAA-Spiele. So, da oben waren wir schon. Und Fatal Error Incoming. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir lassen das Spiel fürs erste Mal in Ruhe. Und ich schaue mal, ob ich irgendwie einen Bug fix bekomme. Ähm, ja, Spiel abgestürzt. Ihr habt auch gesehen, da war irgendwas auch schon vorher nicht in Ordnung. Entweder ich muss das Ganze nochmal neu anfangen. Ich lasse Kentucky Rule Zero für heute mal gut sein. Entschuldige diesen sehr kurzen Part. Dafür mache ich bei einem anderen Game ein bisschen länger. Also, sorry for that. Macht's gut. Bis bald. Euer Chris.